Dieses Tutorial zeigt, wie man die Ergebnisse eines Kruskal-Bollis-Tests aus R berichtet. Der Output des Kruskal-Bollis-Tests in R besteht in der Regel aus vier Teilen, dem Test selbst, sowie deskriptiven Gruppenstatistiken und im Falle eines signifikanten Kruskal-Bollis-Tests selbst noch Post-Hoc-Tests und Effektstärken hierfür. Zunächst formuliert man, ob sich hinsichtlich der Testvariable Gruppenunterschiede ergeben haben, also der Kruskal-Bollis-Test signifikant wurde. Dazu wird der f-Wert mitsamt Freiheitsgraden berichtet. Daran schließt sich noch der p-Wert an. Im Falle eines signifikanten Kruskal-Bollis-Tests muss zudem noch festgestellt werden, zwischen welchen Gruppen Unterschiede bestehen. Hierzu werden Man-Whitney-U-Tests als Post-Hoc-Tests gerechnet. Sind ein oder mehrere davon signifikant, werden diese Unterschiede unter Hinzunahme von Medianen berichtet. Für die signifikanten paarweisen Vergleiche wird zudem die Effektstärke R berechnet und diese schließlich mit z.B. Cohen 1992 oder den jeweiligen fachspezifischen Grenzen eingeordnet.